So meine Freunde, heute geht es nochmal um Autoencoder und zwar um Bottleneck Features. Das ist sozusagen auch eine kleinere Darstellung, wie wir es auch beim Autoencoder hatten. Allerdings sind wir hier deutlich mächtiger als nur bei diesem Stacked Denoising Autoencoder oder bei einem normalen Stacked Autoencoder. Vielleicht sollte ich noch kurz erwähnen, was ein Stacked Autoencoder ist. Im Prinzip ein normaler Autoencoder, nur mit mehreren Hidden Schichten. Das, was ich euch eigentlich schon angedeutet habe, eine Schicht ist dann das, was ihr rauskriegen wollt an Features, aber ist im Prinzip auch nicht so wichtig. Okay, der größte Unterschied bei den Bottleneck Features zum Autoencoder ist folgender. Wir haben hier eine Inputschicht, ganz normal, wie beim Autoencoder auch. Hier legen wir die Nullen und Einsen an, so wie wir es brauchen. Aber hinten legen wir nicht wieder unseren Input ein, sondern wir brauchen Trainingsdaten und zwar überwachte Trainingsdaten. Das heißt, wir brauchen gelabelte Daten und dann kriegen wir hier einen Output. Also zum Beispiel brauchen wir ein kurzes Sprachsignal und eine übersetzte Variante als schriftliche Version, was gerade gesprochen wurde. Das wäre überwachtes Training, wobei wir hier oben bei dem normalen Autoencoder tatsächlich nur Sprache rein und hier hinten auch wieder Sprache raus haben. Und dann haben wir hier eine kürzere Fassung von dem, was wir haben. Deswegen sind diese Bottleneck Features auch nicht so einfach zu bekommen, aber wenn man sie hat, sind sie viel, viel geiler als diese Autoencoder Features, weil sie halt genau auf die Aufgabe eine Komprimierung der Daten sind. Also wir kriegen eine Komprimierung der Daten auf unsere Aufgabe. Das heißt, wir haben schon gleich eine besser komprimierte Datensammlung sozusagen auf dem, was nachher rauskommen soll. Also zum Beispiel Sprache rein, Text raus. Dann kriegen wir eine schöne komprimierte Version von Sprache für die Textverarbeitung oder für diese schriftliche Version davon dann gleich, also für die Spracherkennung im Prinzip. Während wir hier oben einfach nur eine komprimierte Version der Sprachdaten bekommen, die uns vielleicht nicht so viel bringt. Okay, was man hier jetzt sieht, ist folgendes. Wir haben hier ganz normal unsere Inputschicht, wir haben hier unseren Stacked Autoencoder, ganz normal, wie wir es auch schon besprochen hatten. Das ist natürlich jetzt doof. Ich mache die hier mal raus. Das sind einfach haufenweise Hiddenschichten und so weiter und so fort. Nichts Besonderes. Okay, und das hier sind die Bottleneck Features. Das ist das, was wir nachher haben wollen. Das sind sozusagen die komprimierte Version unserer Inputdaten speziell für den Anwendungszweck, der durch die Outputdaten spezifiziert wird. Und hier haben wir dann tatsächlich noch eine Hiddenschicht. Da wird aber nicht mehr so viel gemacht. Das ist einfach eine ganz normale Hiddenschicht und mit Backpropagation wird das dann alles klingt normal gelernt. Wenn wir diese Bottleneck Features haben wollen, dann schneiden wir hier einfach, also nach dem Training logischerweise erst, schneiden wir den Teil ab, den hier auch. Und dann haben wir hier eine wunderbare Darstellung. Hier einfach den Input anlegen und beim Bottleneck gucken, was kriegen wir als komprimierte Version raus und schon sind wir fertig. Das heißt, wir haben hier eine sehr, sehr stark komprimierte Fassung von unseren Inputdaten, genauso wie wir es eigentlich brauchen. Okay, sehr cool. Jetzt gibt es allerdings noch eine kleine Verbesserung da drauf, weil die Bottleneck Features dann nicht so gut waren. Und zwar während dem Training, also ich mache das mal wieder rein, schalten wir mal wieder ein bisschen Neues rein. Und diesmal wieder ganz normal bei den Hidden Neuronen wieder 10 bis 50 Prozent der Hidden Neuronen einfach mal konstant auf Null setzen. Also nicht konstant, aber halt bei dem Input auf Null setzen. Das heißt, wir haben hier wieder mal diese vier Input-Neuronen, dann sagen wir, okay, Zufall 50 Prozent ist eh schon Null, interessiert uns nicht. Hier 50 Prozent Chancen, dass die Eins da bleibt oder 50 Prozent Chancen, dass hier eben ein Null rauskommt. Und dann sehr, sehr lange trainieren. Und was dann passiert ist, wir kriegen eine weniger korrelierte Fassung für diese Bottleneck Features. Das heißt, die Input-Vektoren hier oder die einzelnen Features hier, die einzelnen Neuronen, die wir bei den Bottlenecks bekommen, die sind weniger voneinander abhängig. Und dadurch sind sie dann auch noch ein bisschen besser. Allerdings muss man dann auch schauen, dass man beim Weight-Up, also beim Gewichtsvektoren aktualisieren, nicht mehr so große Aktualisierungen zulässt. Das heißt, man muss einen gewissen Threshold reinhauen. Wenn das Gewichts-Update größer ist als dieser Threshold, also zum Beispiel größer ist als 0,1 oder sowas, dann führen wir diese Aktualisierung nicht durch und ignorieren einfach unseren Input. Okay, am Anfang natürlich erstmal so trainieren, damit wir normale Daten haben. Das heißt, am Anfang kein Neues drauflegen, dann mit Neues anfangen und die Aktualisierung ignorieren, wenn sie größer ist als ein Threshold, wie zum Beispiel 0,1. Okay, wie gesagt, dadurch wird diese Co-Adaption hier verhindert und das ist doch sehr nützlich. Okay, dann war es das eigentlich schon wieder. Ich glaube, das war es sogar tatsächlich mit den Auto-Encodern. Was man damit alles machen kann, habe ich glaube ich deutlich genug gemacht. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Es geht natürlich immer noch weiter mit den neuronalen Netzen. Bis dann, ciao, ciao.